Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Zwei-fach-Party mit Fluchtschlangen, wie gut ist das denn, bitte? So, ich muss gleich mal noch die Musik ausmachen, sonst höre ich hier von den Überlebenden gar nichts. Aber wir sind noch so voll cool drauf. Oh, böser Killer, Ina mit Memento Mori. Äh, Memento Mori. Ja, aber ich habe ja extra nur für einen mitgenommen. Ist das für alle? Ach so, hab ich gerne. Weil ich dachte, die anderen, das muss ja jetzt nicht sein und dann ist es auch noch unwahrscheinlich, dass ich sie kriege, weil ich momentan ja so ein bisschen müde bin. Obwohl, ich bin nicht richtig müde, ich habe eher Hunger. Und hungrig. Ja, tatsächlich, ich habe eher Hunger. Aber, äh, das geht noch so ein bisschen. Und dann werde ich sowieso nichts mehr allzu Großes essen. Aber wir müssen da ein bisschen, vorbei, gleich. Ja, weil bei mir dauert es auch noch ein bisschen. So, jetzt hat er durchgeladen, ich mache mal ein bisschen leiser. So, jetzt ist er. Abrupt die Musik weg. Jetzt müssen wir uns mal hier ein bisschen konzentrieren hier. Jetzt ist alles perfekt. Ja, Mensch, läuft. So, wir, wir sind unter links. Jetzt hörte ich vom Ton. Äh, früher als das Spielen. Es ist voll geil. Hallöchen! Na, du freust dich doch schon, mich kennenzulernen. Hab da gar kein Feeling. So, weißt du? Hui! So, nichts geht über ein bisschen schocken. Na, hat er schon keinen Bock mehr? Oh, wow, er hat es noch geschafft. Das ist ja unglaublich. Ich bin schockiert. So, komm zurück. Ah, scheiße, mein Totem ist da hinten. Wow, er ist schneller als ich, fuck. Ich hoffe nur, dass da keiner an meinem Totem rumkummelt. Das mag ich ja gar nicht. Was hast du für ein Totem? Äh, Ruin tatsächlich. Doch, okay. Ah, es hat noch keiner gefunden, Gott sei Dank. Obwohl hier hinten jemand rumtont. Die Frage ist, wo tont die Person rum? Wo ist das denn? Ich seh's gar nicht. Ah, hier links von mir. Ich seh's jetzt. Ja. Ja. Ich hoffe, ich hab die Meck jetzt hier erstmal vergrault. So, ich muss tatsächlich jemanden anhängen. Das lief das letzte Mal echt schlecht. So, er haut hier ab. Ich seh eine Deli. Anhängen. Hey, warum krieg ich den denn hier jetzt nicht? Wow. Ha. Keule, ich glaube, du sitzt da ein bisschen blöd. Das ist aber nur so eine Idee. Ha, lol. Okay, wir haben ihn erstmal soweit schon da. Das ist doch schon mal was. Und er schreit immer noch. Hui. So, da rennt die Meck rum. Hui. Aber uns kann so erstmal keiner blenden. Das ist doch schon mal gut. Hach, Ina ist mal wieder schockierend. Ja, gut, ne? So, sie ist hier grad schon rumgerannt. Aber wir können ihn gleich mal einen Kopf kürzer machen. Ich kann dir auch die Chef vorlesen, wenn du möchtest, oder? Äh... Ja, wenn, 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 wenn... Dann kannst du dich mehr aufs Spiel konzentrieren. So, die Meck müssen wir hier irgendwie vom Toten wegkriegen. So, da haben wir sie glatt um mal geschockt. Komm zurück, Mecky, Meck! Wow. Fuck! Dann hau ich auch noch daneben. Das gibt's doch gar nicht. Ha, was war denn da kaputt? So. Wo ist sie hin? Komm zurück. Wow, jetzt rennt sie da durch. Ernsthaft? Äh... Ich hab's gesehen, wie die daneben kam. Sehr gut. Okay, jetzt bin ich durch meine eigene Palette gerannt. So, der Generator wurde hier tatsächlich gemacht. Und es ist niemand am Toten gewesen. Richtig gut. Ähm... Ich nehme mal fast an, dass sie Instant-Jet bei hatten. Es war zwar nicht wirklich schnell. Ich hab' den Verdacht tatsächlich nur, äh, weil ja Ruin drin ist. Oder sie waren zu zweit. Ich weiß es nicht. Weil sie waren echt schnell. Weil sie haben nagelnagelneues Teil von der Werkzeugpiste. Ja, genau. Das meinte ich. So, wo sind die? Hier ist grad noch jemand langgerannt. Da hinten. Da war wieder mein Wall-Hack. Ja. Ich hab' was aufblitzen sehen. Äh, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir hatten hier die eine, äh, Special-Folge. Wo ich privat gespielt hatte. Und dann am Ende eine Person zu mir gesagt hat, Mensch, du benutzt doch voll den, äh... Du bist voll der Hacker. Das kann alles gar nicht sein. Haha. Und seitdem ist es unser neuer Insider hier. So. Das ist voll witzig. Ihr müsst euch das anschauen, das Video. Das ist zu gut. Ah. Und dann hab' ich das nochmal nachkommentiert. Ja, dann ist einfach mal sensbar. So, er hier ist mir jetzt aber wichtig. Den müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Ist das der David-Hacker-Folge, oder? Äh... Der Tab? Ne. Der Tab ist es, genau. Ja, genau. Er ist gerade halt nur wichtig, weil wir ihn schon mal hängen hatten. Und das, äh... Weil sonst das Memento Mori nicht funktioniert. Wow! Und ich hau' daneben. Verdammte Axt, wo ist er hin? So. Jetzt nehmen wir ihn doch glatt mal mit. Ne? Wir müssen mal hier die Moral ein bisschen senken. Bisschen gegrillt. Warum hackst du denn? Nein, ich hacke nicht. Das ist ein... Das ist ein... Das ist reine Ironie. Ich falsch verstehe. Ich weiß nicht mal wie Hacking geht. So. Deswegen das Video gucken, ne? Da erklärt es das. Oh, du machst ihn gerade... tot. Ja. Ja. Ein bisschen grillen. War damit gemeint. Guck mal, hier ist... Hier ist der Dwightimite. Woah! Ich hätte einfach stehen bleiben sollen. Blöde Sache. Ach ja. Ich bin von der Hexel gehen. Das schaut am schlimmsten aus. Der Mori. Oder das Mori? Keine Ahnung. Das... Memento Mori. So, ein bisschen gekockt. Ja, das ist echt ein bisschen eklig, tatsächlich. Ein bisschen gewärmen. Ach so, war nur aus Spaß gemeint. Okay, dann ist ja gut. Bin ich aber ruhig. Nur ich habe keine Lust, dass wir am spätestens... Spätestens. Später noch unterstellen würde ich Hecke tatsächlich, weil ich das gesagt hätte. Das wäre ja mal mega ungünstig. Ist natürlich rein ironisch gemeint. Oh, wow. Das ist ja krass. Äh, ich weiß es tatsächlich nicht. Wenn das der Fall sein sollte... Alter, kannst du wissen, dass der sowas von Report kriegt? Das ist ja mal richtig hässlich. Wow. Warte, ist das... Hat der Disconnect, wo du den Mori trafst? Ja, 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 ja. Oha. Das ist füß. Ich habe nämlich nicht auf die Punkte... Das habe ich auch gar nicht bemerkt. Ich habe nämlich nicht auf die Punkte geguckt. Äh... Oh. Hallo, Meg. Ui. Weil das ist halt echt mega unfair. Okay, sie läuft einfach nicht durch. Okay, gar kein Problem. Schlagen wir nochmal zu. Äh... Wir haben jetzt tatsächlich niemanden richtig angehangen bekommen. Finde ich jetzt aber auch nicht so mega schlimm. Ist da schon jemand am Tor? Ja. Dann müssen wir mal kurz hin. Oh, vor allen Dingen ist es dead white. Juhu. Oh, wow. Ich hau daneben. Was ist denn da los? Haha. So, die Meg, die... dachte sich einfach mal, die ist weg. So, die Meg hängt hier noch rum. Wow, ich staune. Die hat sich... Hat sie sich schon geheilt? Ach nee, ist das eine andere Meg? Okay. Okay. So, die Frage ist, wo ist sie jetzt hin? Da ist sie. Schau mal einer, guck. Hui. Hui. So. Noch ein bisschen geschockt. Ich hatte nur einmal einen Spieler, der disconnected ist mit als Doktor. War auch nicht so toll. Ja, das kann ich verstehen. Ich wollte das gerade vorlesen, Nina. Du bist zu schnell. Ja, sorry. Ja, sorry, Keule. Patscher Perk. Wenn du so gut... Der 1&1 Kundenservice. Ach nee. So, sie will mich blockieren hier. Auch richtig nettes Verhalten. Aber ich kann es verstehen, als Überlebender möchte man ja einfach, dass das funktioniert. Hui. Komm zurück, Mäcki-Mäck. Boah, ich hänge im Fass fest. Das gibt es doch gar nicht. Ja, wo ist sie denn hin? Okay, irgendwo hier hinter ist sie. Ah, ist die Luke. Alles klar. Das erklärt natürlich einiges. So, ich hoffe, die andere Mäcki holt den Kundenservice da noch runter. Ah, das Tor ist ja hier auch noch nicht offen. Was geht mit den Leuten? Das ist ja krass. Warum hat sie denn das Tor noch nicht aufgemacht? Oder habe ich selber Halluzinationen? Muss ich das verstehen? Das ist ja krass. So, wir gehen mal ganz schnell zum anderen Tor zurück. Der kann sich das Tor nicht gefunden. Na ja, gut. Das müsste man eigentlich schon finden. So, guck mal. Der, der, der Dwight ist hier noch dran. Wow. Was für ein Glück. Dass er es auch aufmacht, verstehe ich nicht. Tschau. So, sie, sie verschwindet. Ich habe aber Angst, er rennt mir hinterher. Tut er tatsächlich nicht? Ich wette fast, er ist auf der anderen Seite raus. Oder er wartet hier die Luke ab? Ich habe nur so eine Idee. Ich dachte, vielleicht ist er da drin. So. Ja, aber ich bin eigentlich gerade mit unserer Leistung recht zufrieden. Wenn, die Wenn, wir denn jetzt am Ende das Memento Mori hingekriegt haben. Mit dem, ne? Eigentlich hast du es ja. Das zählt ja nicht. Das ist ja Disconnect. Das ist ja nicht voll fies. Naja, aber wenn wir die Punkte dafür nicht gekriegt haben, so. Das wäre richtig, richtig ätzend am Ende. Ich finde das schade, dass man nichts verlieren kann in diesem Spiel einfach. Ja, verstehe ich auch nicht. Vor allem ist es ja halt, wie gesagt, völlig legitim so, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich hier irgendeinen krassen Hack oder irgendwas benutzt. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Du bist einfach wieder Hacker, Ina. Nur sobald du hier Nöt hast oder Memento Mori benutzt, bist du ja hier gleich am Arsch. Bist du ein Loser-Killer. Ja, genau. Und das finde ich halt so schade einfach. So, sie sind raus. Wir haben die Runde vollendet. Ich bin zu dumm für das Game. Ich meine, du motzt ja auch nicht jemanden an, wenn sie an dich war. Oh Gott sei Dank. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Sehr gut. Ich bin zu dumm für das Game. Nein, das kann glaube ich jeder. Tunnel. Get some skill. Was? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Lieber Stream. Was habe ich gemacht? Was habe ich getan? So, okay. Meine Skills waren jetzt wirklich nicht so krass, aber... Was habe ich getan? Ich verstehe nicht ganz, was mein Problem jetzt war. Fragezeichen? Langfortschritt. Null. Ja. Aber ich bin froh, dass wir den wenigstens erreicht haben. Vor allem gerade, wenn ich mich dann auch so Memento Mori konzentriere. Ja, du Spasti hast getunnelt. Alter, geh mal Skills suchen, du Ficker. Ja, Mensch. Richtig sympathisch. Oh Gott. Das scheint mir sympathisch. Ich bin schon wieder durch hier. Haha. Ich habe gehackt. Ja. 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 Da sagst du was. Zero Love. Gut. Ach, nee. Irgendwie kann man da ja nicht gewinnen und verlieren. Hä? Naja, doch. Es geht ja nicht darum, entweder die Überlebenden gewinnen oder der Killer gewinnt. Das ist ja am Ende so das Ding. Und entweder kriegst du halt die Hälfte der Überlebenden, du kriegst gar keinen Überlebenden oder du kriegst alle Überlebenden so als Killer. Und als Überlebender, entweder überlebst du oder du schaffst es nicht. So. Und je nachdem, was du halt vollbracht hast, da gibt es halt hier diese Teile, diese Rangfortschritte, die gibt es halt jeweils für Killer und für Überlebende. Ähm. Ja, ist halt dann die Frage, wie kriegst du es hin? Ich weiß gerade auch gar nicht, warum der Typ sich hier aufregt, Alter. Weißt du, er ist entkommen am Ende. Ich habe ihn ja nicht gecampt oder irgendwie was, weißt du? Ich sage noch, hoffentlich schafft er es noch, weißt du, weil ich so nett bin. Das ist so gut. Und dann, ich, ich, ich bin Spasti und ein Ficker und naja, was ich mir alles bin. Also ich bin froh, dass es bei Playstation keinen Chat gibt. Da kann man nicht schreiben. Ja, Mensch, eigentlich richtig gute Funktion. Äh. Laufigen Dystopia. Dockspielen reicht doch schon aus. Mit dem bekommt man DCs ohne Ende. Ich überlege gerade, für was die Abkürzung steht. Aber die haben ja alle mehrere... Disconnects wahrscheinlich. Ah. Flo weiß Bescheid. Ja, ne, ich bin... Gut, dass du noch da bist, Flo. So, nicht etwa, dass die Playstation ausgegangen ist oder so. Okay, unser sympathischer 1&1 Kundenservice meldet sich nicht mehr. Ich schau mal kurz noch, äh, rein, was er hier so sonst auf Steam treibt. Ja, Mensch, das, das Profil ist privat. Willst du das wissen? Haha. Ja, gut, äh, äh... Ja, doch. Disconnect. Disconnect. Das war richtig. Er hat ja auch einen Namen bei seinen alten Namen drinne, so, wo ich mir einfach denke, yo, krasser Shit. Ja, also, der, der Name ist Programm so, also im Sinne von, das, was er geschrieben hat, drückt total aus, was für ein Mensch er ist. So, mehr, mehr würde ich jetzt dazu echt nicht sagen. Ja. Voll sympathisch auf jeden Fall. Aber die haben ja alle mehrere Leben. Ja, genau. Du kannst halt insgesamt zweimal angehangen werden, ohne dass du stirbst. Dann geht halt immer der Fortschritt voran. Und wenn du zweimal abgehangen wurdest und dann nochmal angehangen wirst, dann stirbst du tatsächlich. Dann ist du halt verloren. Du hast halt praktisch so zwei Chancen und bei der dritten ist halt vorbei. Äh, ja, Disconnect. Sehr gut. Flo hat's Gott sei Dank gewusst. Ich hatte aber auch eine Runde als Freddy. Da war ich so nett und hab den Typen durch die Luke entkommen lassen, weil sie plötzlich vor mir war, wurde noch gefragt, wieso sie entkommen konnte. Ja, Mensch. Das ist auch gut. Warum denn auch nicht? Ja. 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 Also. Ja. Ja. Das sehe ich herzlich. Das ist das?